Wissen ist der Hit. Kommt, singt alle mit. Blippi! Hehehe! Ich bin's, Blippi! Und heute sind wir bei Amys Spielplatz in South Pasadena, California. Und ich freue mich so! Denn ich werde aufstehen und meinen Körper bewegen. Und ein paar Übungen und Sport machen! Los geht's! Wow! Es ist so toll hier! Und ich freue mich so, mich zu bewegen! Los geht's! Wow! Seht mal, ein Gitter! Wir müssen unsere Schuhe ausziehen, um reinzugehen. So, hier ein Schuh, zwei Schuhe. Ich liebe draußen meine Schuhe zu tragen, wenn ich spiele. Aber heute ziehe ich sie aus, weil ich drinnen spiele. Jetzt geht's los! Wow! Kommt rein! Hohohoho! Hier gibt es so viel zu tun! Aber als erstes werde ich herumrennen, weil es sehr wichtig ist, sich erstmal aufzuwärmen. Wow! Hey! Wenn ihr zu Hause seid und ein bisschen Platz zum Rennen habt, könnt ihr auch herumrennen. Los geht's! Diesmal verwende ich nur ein bisschen Platz. Bereit? Wow! Gut gemacht! Wow! Es fühlt sich doch gut an, wenn das Herz schnell schlägt, oder? Oh! 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 Ah ihoou! Okay, kommt! Wir strecken uns zusammen. Alles klar? Gehen wir hier rüber! Und zu Hause? Jetzt wo wir vom Rennen und Hüpfen aufgewärmt sind, können wir uns strecken! Ah! Ja! Fühlt ihr, wie sich eure Beine strecken? Und eure Muskeln spannen? Da kann man sie ausstrecken. Das fühlt sich gut an meinen Beinen an. Okay, jetzt mein Rücken. Genau. Macht ihr... Wow, ihr macht das genauso. Sehr gut. Wuhu. Okay, jetzt können wir weiterspielen. Wuhu. 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 Wow. Jetzt geht's los. Wow. Jetzt komme ich. Wow. Wow. Hey, als ich da hinten war, habe ich was Tolles gesehen. Kommt mit. Es ist ein großer, offener Bereich, in dem wir zusammen ein paar Liegestützen machen können. Macht ihr ein paar Liegestützen mit mir? Okay, so macht man eine Liegestütze. Erst geht man auf die Knie. Und dann drücken wir uns vom Boden ab mit unseren Händen und Armen. Und das hilft uns Muskeln aufzubauen. Bereit? Habt ihr das gemacht? Ja, gut gemacht. Und jetzt machen wir es nochmal. Wir stützen uns nicht auf den Knien ab. Okay. Bereit? So. Stützt euch mit den Zähnen ab. Wow. Genau. Wow. Wow. Gut gemacht. Macht ihr auch gerne Sport? Haha. Es macht so viel Spaß. Und fühlt sich so gut an. Und schenkt uns ein sehr langes, glückliches Leben. Wuhu. Wuhu. Wui. Hey. Seht ihr, was ich mache? Genau. Ich tanze gerade. Wupp. 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 Haha. Tanzen ist noch eine tolle Art, Sport zu machen. Mögt ihr gern tanzen? Oh. Hört ihr die Musik? Die ist schön langsam. Tanzt ihr mit mir? Die Musik ist gerade viel schneller geworden. Wuhu. Ja. Ihr tanzt gut. Wuhu. Haha. Wuhu. Okay. Jetzt, wo ich mit Tanzen fertig bin, sehe ich was richtig Cooles. Kommt mal hier rüber. Da ist eine Rutsche in eine Hüpfburg und in Hüpfburgen hüpft man. Wollt ihr mit mir hüpfen? Okay. Schalten wir sie an. Wenn sie aufgeblasen ist, können wir hüpfen. Los geht's. Wohohohoho. Yeah. Haha. Jetzt können wir reingehen und hüpfen. Wuhu. Genau so. Haha. Wenn ich drinnen bin und hüpfe, würdet ihr mit mir hüpfen? Ja. Okay. Jetzt geht's los. Wow. Genau so wie ein Frosch. Quark. 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 Haha. Welche Tiere hüpfen noch? Fällt euch was ein? Kängurus. Kängurus. Haha. Ich liebe es, Känguru zu spielen. Okay. Jetzt geht's los. Wow. Wow. Es gibt so viele Frösche. Antilopen. Kängurus. Haha. Schaut sie euch an. Haha. Hey. Wow. Das nennt man Ausfallschritte. Seht ihr? Man stellt sein vorderes Bein hier hin. Probiert es mal aus. Und dann beugt man sein hinteres Bein. Und dann bringt man das Knie bis zum Boden runter. Und dann stellt man sein hinteres Bein so nach vorne. Haha. Wir haben gerade einen Ausfallschritt gemacht. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Fühlt ihr das in euren Beinen brennen? Hahaha. Wuhu. Haha. Kommt. Wir nehmen diese Feuerwehrautos und machen damit Ausfallschritte. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ich liebe Ausfallschritte. Wuhu. Ich liebe tanzen. Und ich liebe es, mit euch zu lernen. Wow. Wisst ihr, was ich noch liebe? Ich liebe krabbeln. Ja. Jetzt geht's los. Krabbeln ist eine andere Form von Sport und Bewegung. Wow. 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 Ich komme. Könnt ihr mich sehen? Wow. Wow. Hey. Ich krabbeln wie ein Bär. Wuhu. 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 Welche Tiere krabbeln noch? Ja. Ganz viele tun das. Zum Beispiel Ameisenbären. Haha. Wisst ihr, was die essen? Ameisen. Wie lustig. Wuhu. Wuhu. Hey. Wolltet ihr schon mal etwas vom Boden aufheben? Aber ihr seid einfach nicht rangekommen? Oh. 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 Hey. Ich weiß. Wir könnten zusammen eine Kniebeuge machen. Wuhu. Da beugt man seine Beine, hält seinen Rücken gerade und dann kann man sich runterbeugen und etwas greifen. Mal sehen. Ich stelle das mal hier hin und mache eine Kniebeuge. Los geht's. Genau. Gut gemacht. Jetzt könnt ihr sie als Sport machen, ohne überhaupt was in den Händen zu haben. Hier, so. Uff. Uff. Haha. Genau. Macht ihr mir nach? Okay, kommt. Wir machen 10 zusammen. Okay. Wir sind bei 0. Jetzt, wo ihr wisst, wie man Kniebeugen macht. Bereit? Das wird brennen. Jetzt geht's los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, haha, neun, zehn. Tun eure Beine weh? Ja. Gut gemacht. Kommt, wir spielen weiter. Wow, es hat so viel Spaß gemacht, hier zu spielen. Auf Amys Spielplatz in South Pasadena, California. Und es war so schön, etwas über Bewegung, haha, und Sport zu lernen. Wuhu. Ja, wuhu. Ja, wir sind jetzt so stark. Gut gemacht. So, das ist das Ende des Videos. Aber wenn ihr noch mehr meiner Videos gucken wollt, müsst ihr nur meinen Namen suchen. Buchstabiert ihr ihn mit mir? Bereit? B-L-I-P-P-I. Blippi. Gut gemacht. Na dann, bis bald. Tschüss. Hallo. Wie geht's euch heute? Yeah. Wow. Seht mal, wo wir sind. Heute sind wir im Fidgets Indoor-Spielplatz in Las Vegas, Nevada. Wow. Auf geht's. Wir hüpfen herum und sehen es uns an. Wow. Seht, da ist ein Zug. Wow. Wow. Okay, wir hüpfen weiter durch den Raum. Uh, was ist hier? Wow, das ist ein kleiner Bahnhof. Seht ihr? Ganz viele Züge. Wie dieser rote Zug. Pup, pup. Pup, pup. Oh, hallo, pinker Zug. Hier ist ein pinker Zug. Wow. Hallo. Pup, 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 pup. Pup, pup, pup. Wow. Uh, seht mal. Hier ist ein schwarzer Zug. Pup, 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 pup. Pup, pup, pup. Wow. Liebe Züge. Wow. Pup, 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 pup. Okay. Sehen wir mal, was es außerdem noch alles gibt. Uh, seht mal hier. Das ist ein farbenfrohes Bällebad. Wow. 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 So viele farbige Bälle. Wow. Wow. Was liegt denn hier drin? Wow. Das ist ein grüner Rasenmäher. Damit mähen wir jetzt den Rasen. Pup. 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 Wow. 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 Was ist das? Wow. Es ist ein rotes Motorrad. Ich könnte wetten, dass da noch was für uns drin ist. Wow! Hui! Wow! 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 Oh, pass auf! Oh, fast erwischt! Wow! Oh, guckt! Ein cooler Bagger! Yeah! Wie im Blippi-Bagger-Fahrzeug-Song! Ich bin ein Schaufel-Bagger, Schaufel-Bagger, hey, Dreck mach dich vom Acker! Okay, und jetzt krabbeln wir ein wenig herum. Wow! Seht mal her! Das muss der Boden eines Boots sein. Und hier ist Wasser, seht ihr? Wow! Das ist doch ein cooles Boot! Okay, ich krabbel mal weiter. Uh! Wow! Das sind eine Feuerwehr und ein Schulbus. Okay, jetzt kommt die Feuerwehr. Und legt's richtig los! Wow! Wow! Okay! Wow! Das war Wahnsinn! Okay, das machen wir gleich nochmal, diesmal mit dem Schulbus. Bereit? Es geht los! Wow! 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 Das Schloss einer Prinzessin oder eines Prinzen. Okay, ich gehe jetzt mal rein. Hallo! Guckt! Ich bin ein Einhorn. Und noch etwas habe ich hier drin gefunden. Wow! Wow! Einen Puppenwagen mit einer Babypuppe. Das ist ein Baby. Hi, Baby! Hallo! Okay, schlaf gut, Baby. Oh, schlaf ein. Oh, schlaf ein. Bye, bye. Gute Nacht. Okay. Wow! Und jetzt rennen wir weiter herum. Wow! Seht nur die Stufen. Sie sind so farbenfroh. Diese Stufe hat die Farbe Blau. Diese Stufe hat die Farbe Orange. Und diese Stufe hat die Farbe Rot. Und diese Stufe hat die Farbe Grün. Kommt mit hoch. Wow! Seht mal diesen roten Boxsack. Hier drüben hängt noch mal einer. Wow! Seht ihr? Hier ist noch einer. Dieser Boxsack ist orange. Wow! Wow! Wir sind nun oben angekommen. Auf dem Klettergerüst. Wow! Hey! Da ist ein Tunnel! Kommt doch mal her! Hallo! Wow! Seht mal den Tunnel! Wow! Ich kann euch alle sehen! Okay! Okay! Ich komme zu euch rüber. Jetzt geht's los! Ich krabbel durch den Tunnel. Wow! Das war richtig cool! Oh! Seht doch mal hier! Wow! Seht ihr das? Das ist eine gelbe Rutsche. Oh! Sie hat die Form eines Kreises. Oh! Und ich darf hier jetzt herunterrutschen. Und wenn ich unten bin, dürft ihr hinter mir herrutschen. Bereit? Auf geht's! Bis gleich! Wow! Wow! Hey cool! Nun sind wir runtergerutscht! Okay! Es hat so viel Spaß gemacht mit euch zu rutschen! Nun werden wir rollen! Wow! Wow! Ich liebe rollen! Oh! Hey! Was ist das? Wow! Hallo! Hallo! Okay! Was sagt ihr? Nun bin ich in diesem Häuschen. Grab it! Grab it! Oh! Hey Frosch! Oh oh! Was gibt es noch? Bis bald Frosch! ne? Hallo! Ich bin ein Jochen! Ja ein Jochen! Okay! Gehen wir mal weiter! Wow! Was kann man hier denn erleben? Wow! 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 Ich balanciere! Yay! Wow! Das war Wahnsinn! Nun werde ich weiterrollen! Seht! Wow! Hier ist ein gelbes Auto! Und es kommt! Hier ist noch mal eins! Das hier hat die Farbe Lila! Seid ihr fertig? Jetzt geht's los! Yeah! Okay! Oh hey! Seht mal hier! Das ist eine pinke Kutsche mit einem Pferd vorne dran! Bye bye! Yeah! Uh! Und ein rotes Auto mit einem gelben Dach! Passt auf! Uh! Und ein schwarzes Polizeiauto! Es geht los! Hihihi! Hm! Und noch eins! Eine rote Feuerwehr! Sie fährt los! Bye bye, Feuerwehr! Wow! Uh! Weiter geht's! Kommt mit rüber! Oh! Seht mal! All diese farbigen Bauklötze! Es sind so viele Farben! Okay! Ich werde sie mal hinlegen und sehen, was dahinter ist! Wow! Yeah! Seht ihr es? Und das hier hinten? Das hier hinten? Das ist eine schwarze Tafel! Man kann darauf schreiben! Also, was haben wir heute alles gemacht? Zuerst sind wir gehüpft! H-Ü-P-F-E-N Ja! Hüpfen! Dann sind wir gekrabbelt! K-R-A-B-B-E-L-N Krabbeln! Und dann sind wir gerannt! R-E-N-N-E-N Rennen! Und dann? Hm, was kam danach? Ja! Wir rutschten auf der Rutsche! R-U-T-S-C-H-E-N Rutschen! Und dann? Oh! Wir sind gerollt! R-O-L-L-E-N Rollen! Ja! Es war ein großer Spaß, all diese Sachen mit euch zu machen hier im Spielhaus! Nun, das ist das Ende dieses Videos! Aber wollt ihr noch mehr von meinen Videos? Dann müsst ihr nur meinen Namen eingeben! Ja! Mein Name ist Blippi! Buchstabieren wir zusammen! Bereit? B L I P P I Blippi! Gut gemacht! Bis demnächst! Bye-bye! Blippi! Los, kommt alle her! Lernen ist nicht schwer! Blippi! Blippi! Wissen ist ja Hit! Kommt, singt alle mit! Blippi!